Was, ich sitze gerade auf deinem Gesicht, by the way. Vielen Dank, man Bro. Du saß gerade zwischen meinen Arschbacken. It's called Basti. Ähm, Powerplate. It's called Basti with an A. Was geht, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ich muss meine Tonsprung wieder ändern, damit wir, ähm, K außer Kontrolle, ohne Copyright Claim uns reinziehen können. Sätze, die ich nur 2016 sagen werde. Äh, 2013. Äh, 23. Ich mache mich immer über die Intros von Basti.G.A.G. lustig. Und jetzt bin ich in der Position. Wenn es euch gefallen sollte, wie ich hier gerade mein Intro gestalte. Dann lasst einen Like da. Haha, yeah. Meine Haare sind blond und ich habe einen Mittelscheitel. Ist gut? Was, die GHG ist der beste Minecraft-Spieler? Jawohl. Nein, 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 nein. Moment, warte ganz kurz, meine Uhr juckt. Warte, was sagt meine Uhr? Ach was, ich spiele seit zwölf Jahren das Spiel? Wirklich? Aber spielst du schon seit zwölf Jahren aktiv? Ja? Also, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, Mann. Digga, mach in meinen Mund rein. Sport schon. Digga, nicht so fest, Alter. Schön mal. T-Shirt Billy. Oh! Fingere. 3, 2, 1, go. Pff. Das ist ein Ding, der Vorsicht. Äh, das ist ein Ding, der Vorsicht. Sag mir alles nach. Aber bei Kauf sagst du K. Ich kaufe Tomate. Ich karr Tomate. Ich kaufe Haribo. Ich karr Haribo. Ich kaufe, äh, Leiter. Ich karr Leiter. Ich kaufe Mehl. Oh, was ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Da war doch was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, willst du mich verarschen? Mein Ficko. Okay. I'm crazy, but you like that. Now, here, with this girl is on fire. Digga. Kannst du das bitte ans Ende des Videos schreiben? Es war nicht ein Gott. Und das liegt vor allem bei seiner geheimen Fähigkeit. Und der man aber nicht weiß.